Durch die Korridore der Konsum-Tenten, wir halten uns über die Sonnenstunden ständig vors Gesicht, unaufhörlich. Und wir nehmen keinen Notiz von den Schmerzen und Qualen um uns herum. Schließlich müssen wir schnell die Fotos unserer Haustiere hochladen. Und die unseres Essen. Und die unseres Körpers. Seht mich an, wie du will. Seht, was ich getan habe. Ich bin lustig, ich bin schön. Aber das ist nur eine Frage. Denn wir alle sind besonders. Wir sind alle klug. Und doch scheiß wir verzweifeln, die Anerkennung unserer digitalen Freunde zu brauchen, die wir kaum kennen. Unsere Familie und unsere Liebsten gleich neben uns sitzen. So, ich lege mal mal da hin. Und wieso? Wo ist unser selbstvertrag? Wo ist unser Glaube? Ich bin zu Hause. Ich möchte an den... Wir sind auch mein Mann. Ich möchte an den Abdel In the foreign times alive, you'll find it if you follow me Okay, in Deck 1 bin ich nur net Der hat nur... Der hat nur Ding Der hat nur irgendwas gehört Aber entdeckt nur... Oh! Nee, was ist denn das jetzt? Kommt... Oh nö, bitte net Ähm... Mann, ich muss die... Dinger ausstellen Sehen die... Sieht er mich doch grad nicht, ne? Ein Alarm ist übrig, okay Ich wurde noch net entdeckt Ich muss den Sniper ausschalten Möchtest du Böchte ablegen? Was ist denn das denn Sniper? Das Ding hat... Der hat einen Raketenwerfer Ja Wie dem verlorenen Sohn Lass dich gucken Nein Ich hole es dir, Bönder! Ja 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 Wieso? Ja Ja Wo kam das denn her? Nein, hier ist gar nichts. Wenn sich darauf einlässt, dann ist es leid. Okay. Ich muss eindeutig anders hin, also von irgendwo anders hin anfangen. Aber ich frag... Okay, also... Ach, den seine Predigten da immer in den... 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 den Ladescreen, ne? Du glaubst, du kämpfst für das Gute? Aber das tust du nicht. Ja, ja. Ich kämpf für meine eigene Sache. Ich weiß... Es kann schwierig sein, sich zu erfüllen und seine dunkelsten Geheimnisse zu zeigen. Es kann eine Masse sein. Aber du bist hier sicher. Hier ist es jemand über dich. Möchtest du vor mir beichen? Ja. 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 Ich muss nur ja sagen. Möchtest du beichten ablegen? Okay. Der droht doch voll, der zwingt doch voll die Leute um zu beichten. Möchtest du beichten? Lass dich drauf rein. Macht des Schmautes? Ja! Okay, this is it, son. Nee. Oh nö. Ja, ich werde jetzt sterben. Hä? Ich weiß nicht, ich bin grad irgendwie zu Ihnen kompetent. Es ist irgendwie grad... Ich bin grad irgendwie zu dumm, irgendwie den Knackpunkt bei den Außenposten zu checken. Irgendwie... Und der Typ da drin... Dann da... 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 Es muss doch hier auch Silence dann, äh, geben hier. Warte? Da gibt's dann Waffen mit Schalldämpfern. Komm, da muss noch Sniper drauf sein. Nein, da ist Kastner über drauf. Was ist denn los? Ja. 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 Hallo. Lauf doch! Na, lauf doch da hin! Ja. 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 In die Sniper. Da ist die Sniper. Ja. Ja. Die Sniper. Du bist nicht in Sicherheit. Und du dann? Das habe ich bestens gehört. Das habe ich bestens gehört. Das ist eine Leiche. 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 Das ist eine Leiche.